Willkommen bei iratsch.tv. Hier sehen wir uns für keine, für keinen Schabernack zu schaden. Also Sachen gucken. Ich muss die Videospiele, NPCs, Dialoge und so. Ich muss das studieren, ich muss das sein, ich muss das fühlen. Sorry, kurze Frage. Kennt ihr euch hier ein bisschen aus? Ich suche den Limbikerplatz. Kennt ihr das? Weil ich kam gerade von der Richtung und da meinte irgendjemand, ja, pass auf, du musst einfach immer, die riecht immer gerade Auslauf. Deswegen, da war ich gerade, als müsste ich in der Ecke irgendwo sein. Ach so, ich muss einmal ganz kurz ran gehen, aber warte kurz. Torsten, halli, hallo, hallo. Na, alles klaro? Du, ich bin in Essen noch. Ja, ja. Ja, ja, ich suche. Ja. So, nee, warte, warte mal ganz kurz. Ja, bitte. Hä? Nein, was, was wollt ihr? Hä? Du wolltest auch nicht formulieren für den Limbikerplatz. Nein, nein, ich telefoniere gerade. Was wollt ihr? Du hast uns auch gerade nach Limbikerplatz gefragt. Wollt ihr Drogen verkaufen oder was? Ja, ja. Ich habe nichts damit zu tun, okay? Ich bin ein Anständiger. Ja. Okay, ich will einfach ganz normal telefonieren. Sorry mal ganz kurz, ich mach das kurz noch hier weiter. Ansonsten ruf mal bitte die Polizei, wenn ich mich in einer Minute nicht melde. Es ist aber auch so, das war früher auch schon oft so, als wir hinkamen, kam ja einer nach dem anderen. Und jetzt ist es so leer irgendwie, oder? Dankeschön. Sehr gerne. TelefonARON Hallo. Das ist ein schöner Beutel. Da ist reichlich Platz drin. Ich suche Limbikerplatz. Von da kam ich gerade. Irgendjemand meinte, ich muss in die Richtung und krieg rechts oder so. Kann das sein? Ich bin selber verwirrt. Ich will nicht alles kaputt machen. Du kennst mich, ne? Ja, ich war die ganze Zeit uns sicher. Hallo, kann ich dir eine Frage stellen? Weißt du zufällig, wo der Hauptbahnhof ist? Hallo, ich suche den Hauptbahnhof. Ich habe Google Maps leider nicht auf meinem Handy installiert. Danke. Hallo. Tschüss. Auf Wiedersehen.